Wodafuck, hier sind Skelette. Sag jetzt bitte nicht, hier ist noch ein Skelett-Spawner oder so. Alter, hier ist noch so ein... Alter, komm mal her. Hier ist, hier ist so eine fette Monster-Falle. Und ich... Warte, ich muss mal kurz wieder für Weizen. Alter, gerade das ganze Weizen auf... Alter, ich komme da auf, das ist so fett. Ich freue mich gar nicht mehr so, Leute. Ja, das ist irgendwie mittlerweile Standard. Und weißt du, was das Problem ist? Ich glaube, das Problem ist einfach, dass man die Basen findet, dass die so große Weizenfelder haben. Weil je größer eine Basis ist, desto leichter ist es natürlich, die zu finden. Weißt du? Und unsere alte, die war so klein, deshalb war die auch so lange ungefunden. Ja, die war auch ungefunden. Unsere jetzige ist ja noch kleine, da haben wir ja nicht mehr Zähne. Ja, die kann, die kann ich nicht... Die ist so abnormals klein. Da gibt es überhaupt nichts, wie man... Überhaupt nichts, wo man die finden kann. Alter, ist die fett. Ey, das ist ja krass. Warum ist hier Cobblestone? Achtung, hinter ist eine versteckte Kiste. Nee. Nee, hier ist nichts. Okay. Oder doch? Vielleicht? Man weiß es nicht. Nö. Okay. Alter. Ich muss gerade... Oh Gott, ich muss mal wieder Weizen hier reinbekommen. Ich habe... Das ist gerade richtig... War auch noch nicht komplett gewachsen. Das heißt, es ist schon noch... Das heißt, es muss ein Gaming-Bookie, könnte das sein, weil der war letztes Mal hier drauf. Ja, weil der war letztes Mal hier drauf und dann ist er gegangen und dann war, glaube ich, keiner mehr... Also ich war auch noch eine Zeit lang hier drauf. Ich glaube nicht, dass da noch jemand hier in dem Chunk war. Aber wenn der drauf gewesen wäre, müsste ich ihn eigentlich am Namensschild gesehen haben. Oder er war nicht in der Basis. Keine Ahnung. Oder ich habe ihn übersehen. Oder er hat sich gesneakt. Weil der war gestern nur 15 Minuten drauf und dann ist er gleich wieder gegangen. Also der hat am Anfang, wo der Server aufgemacht wurde, nichts in die Konfi geschrieben und dann, ähm... Als ich drauf war, war er noch ein paar Minuten da und dann ist er wieder gegangen. Also ich glaube, der war noch 15 Minuten drauf für eine Folge oder so. Dann könnte es eigentlich sein, dass der in der Basis hier war. Ah, fuck. Und was er gemacht hat. Dann könnte es echt sein, dass es sein ist. Oder es ist die von Nunan und Steel. Aber dann würde ich mich fragen, was es dann da hinten war. Hm. Dann ab zum zweiten Weizenfeld. Alter. Ich grabe mich nochmal hier so ein bisschen irgendwo... Hier habe ich mich noch nicht lang gegraben. Einfach nochmal zur Sicherheit, weil ich will hier echt nichts übersehen. Hier vielleicht nicht nichts. Ja, das ist echt... Ich... Und witzig, ich kann mich gar nicht mehr richtig freuen. Nein, das ist so schade, ne? Warte, was? Das war hier? Warte, war nichts. Hast du was reingeschmissen? Aber auch irgendwie, als würden die uns wirklich die Basis... Ich check's. Ich check's auch nicht. Also auffällig... Also sorry, aber auffälliger geht echt nicht. Das ist wirklich immer das gleiche Schema, jede Basis. Diese versteckte Kiste... Die versteckte Kiste mit dem Koppelstol. Wie auffällig geht's denn bitte noch? Das ist so auffällig. Alle Basis haben gleiches Schema. Immer eher am Rand der Map. Auf einer kleinen Insel. Und man muss sich einen Block runtergraben. Meistens ist da noch schöne Nuna und Steel, wenn man zumindest ist auf so einer Sandinsel ohne Fackeln. Aber da noch schön drei Fackeln... Drei, genau. Drei Fackeln. So, als ob die das richtig schön markieren. So, und dann auch generell so richtig auffällig. Bitte, bitte, not unsere Base. Bitte, bitte. Ah ja. Alter. Das ist so krank. Die ganzen Sugarcans. Ich verbrenne nochmal die Kiste hier. Auch wenn da gute Äxte und Schaufeln drin sind, aber... Wir haben ganz viele. Durch meinen Tod haben wir wieder genug. Ja, ich bin... So, dann nehme ich gerade noch so eine gute Schaufel mit. Aber da sind halt Sugarcans drin und so und die müssen wir halt einfach vernichten. Ganz ehrlich. Und da ist so viel Cobblestone. Aber ich würde sagen, ich fackel das ab, oder? Äh, was? Äh, die ganzen Sachen. In den Kisten, die wir nicht brauchen. So, dann... Und ich habe mal eine Idee. Lass mal Lava da platzieren. Sollen wir die Kohle mitnehmen? Hier überall Lava platzieren? Ja. Aber da ist ja ein Lavasee, oder? Wir haben eine Lava... Ja, da ist ein Lavasee. Da ist ein Lavasee. Dann können wir hier alles mit Lava... Aber das wäre assi. Wenn dadurch jemand stirbt, wäre das zwar assi. Aber eigentlich... Effektiv. Effektiv und es wäre nicht verboten. Ne. Und wir würden es... Besonders das ist ein Lucky Punch. Er könnte ja auch draußen sein. Er könnte genauso gut draußen sein. Und vor allem, wir wissen nicht, wie der ausgerüstet ist. Wenn er Diamantrüstung hat, wissen wir, man kann in Lava baden. Von daher. Ja. Ja, gut, ich weiß es nicht. Wie, du hast du? Ja, du bist gestorben dadurch. Aber ich war doch in dem See und habe noch überlebt. Ganz gut. Und vor allem, im Nachhinein ist mir auch aufgefallen, weil ich hätte eigentlich locker die Enderperle werfen können. Das haben mir auch so viele in die Kommentare geschrieben. Hätte ich. Aber ich habe in dem Moment einfach nicht daran gedacht. Man denkt im Moment... Die Zuschauer denken immer, ach, du bist so ein Noob. Aber das denke ich auch mal... Das ist genauso wie... Warum übersiehst du das in deinem Inventar? Das... Ich denke mal, wenn die selbst das spielen würden, die Zuschauer, dann würden die auch das übersehen. Und die würden es einfach nicht merken, weil die ja nicht aufnehmen. So, jetzt bin ich... Ja, das ist mein Merkler. Ich habe ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, sechs Weizen. Junge, übertreib es mal bitte nicht. Alter. So, ich habe einfach mal... Hast du noch... Kannst du mit 27 was anfangen? Ja, sehr gut sogar. Okay, wunderbar. Na, da war Fleisch, egal. Braucht man nicht. Wir sind Männer. Da essen nur Karotten. Kein Fleisch. Gibt es hier irgendwo noch was? Guck mal, hier hinter der Kiste ist auch noch Kobblestone. Hier könnte auch noch mal gut was sein. Warte mal, ey, lass bitte. Hinter den Öfen sollten wir auch noch mal kurz nachschauen, weil wir wissen, hinter Öfen ist ein gutes Versteck. Ne, das ist nur das hier. Ähm, dann aber generell, das ist so fett. Ich bin dafür, wir graben uns auch... Warum ist zum... Warum zum Beispiel jetzt hier nicht... Okay, hier ist Eisen. Ne, hier ist... Oder... Ne, das ist nichts. Also, ich bin dafür. Jetzt habe ich... Ne, meine Facken habe ich nicht weggeschmissen. Gut. Ähm... Wir sollten uns einfach noch mal überall lang graben. Weil... Hast du dich hier oben lang gegraben? Hier bei dem Lavasee? Weil es könnte praktisch überall was sein. Ne, hier ist dann nur Lava. Ich denke nicht mehr. Wir haben sogar die geheime Truhe gefunden. Wir haben sogar die geheime Truhe gefunden, das stimmt. Ja, dann... Und was soll der noch haben? Keine Ahnung, vielleicht noch mehr Weizenfelder. Man weiß es ja nicht. Warum ist hier auch wieder... Warum ist hier auch wieder Kobblestone? Das ist total komisch. Ich werde jetzt auch wirklich anfangen, mal einfach alles Kobblestone. Vielleicht war der Gedanke, ach, Kobblestone, da denkt sich sowieso wieder... Ach, da ist ja nichts. Die machen das... Man macht das ja eigentlich mit Smoothstone zu viel. Ich war das sogar geplant, dass da extra... Dass da extra Kobblestone war. Weißt du, wie ich das meine? Nein. Das ist ja niemals gut. So nach dem Motto... Ach ja, es krebt... Es krebt eh keiner mehr nach Kobblestone, weil da nie was ist. Dann, ich habe jetzt eine Idee, wie wir jetzt vorgehen. Wo waren das? Weil hier geht es auch nochmal lang. Warst du hier schon? Wir machen uns... Ja, so... Ne, ich labere jetzt alles... Ich labere jetzt deren Base zu. Okay. Ist irgendwo noch eine Höhle? Du laberst... Ich höre... Warte mal, ich höre hier eine Spinne. Aber hier ist nirgendwo eine Höhle wo eine Spinne. Da ist ein Höhensystem, da ist ein riesiges Schlosssystem. Echt? Warte, ich grab mich mal kurz da lang. Vielleicht finde... Ne, okay, ich höre da der Fliedermaus sehr gut. Dann helfen wir mal alles zu zu labern, bitte. Dann, ähm... Zu zu labern. Da unten im Kistenraum? Ja. Okay. Und dann machen wir die Treppen noch runter. Warte mal so. Dann, wo noch? Dann würde ich jetzt sagen... Hast du zwei, dann platziere ich jetzt... Ich hab nur einen Eimer. Dann platziere ich jetzt da oben einen noch in der Ecke... Und du platziest einen beim Ofen da so in der Nähe. Okay, hier etwa? Achtung, mein Lava droppt langsam. Ja, dann hier etwa an der Decke? Ja, an der Decke, dass schön sich verteilt. Dann Achtung, wir holen uns einen neuen Lava. Bitte nicht irgendwas Blödes machen. Warte, wir müssen aufpassen, dass es nicht hier runterkommt. Scheiße, das kommt runter. Warte, ich muss es schnell zumachen. Warte, warte. Warte, okay. Dann machen wir das... So, dass wir hier drüber laufen können, so. Ähm, okay. Dann hol dir noch einen neuen Lava-Eimer und dann lassen wir die ganze Treppe noch Lava runterlaufen. Die ganze Treppe? Mhm. Alter, geil. Okay, machen wir das. Dann komm mal hoch. So, Domse. So sehr, so sehr. Du machst das jetzt bitte noch nicht. So. Aber du willst echt, weil da könnte locker noch irgendwo was sein. Also wir sollen hier nicht irgendwo mehr... Da ist nix mehr. Wir haben hier Geheimat Chests gefunden. Also das ist... Das stimmt, die Geheimat Chests, ja. Dann hier lassen wir noch einen runterlaufen. Oh, da kommt ein Creeper. Warte, ich tüte den. Okay. Also, wir machen es jetzt so. Wir werden jetzt hier einen runterlaufen lassen. Das mache ich. Warte, geh weg. Achtung, Achtung, geh weg, bitte. Ja, ja, ja. Da unten hast du... Warum sind hier... Ich habe eben eine fallende... Hast du da unten XP? Warum ist da unten XP? Ich war eben noch hier und da waren die... Ach, war das der Creeper? Ich höre die ganze Zeit spinnen. Ja, warum sind... Hier ist ein Bett. Hier ist ein Bett. Warst du hier schon? Nee. Alter, was ist, wenn sich da jemand ins Bett gelegt hat und dann respawn... Alter! Weißt du, was einfach richtig assi wäre? Das Bett mit Lava zu. Ja. Stell dir mal vor, der spawnt da und er würde dann sterben und dann würde er beim Bett respawnen und dann würde er wieder sterben. Wieder ist... Warte, warte, warte. Weiß, das Ding ist... Du hast ein Spawner! Wie, da ist ein... Warum ist denn eine Leih... Du hast ein Spawner! Alter. Und der hatte eine Mob-Form! Der Typ hatte eine... Das ist... Wer... Ich glaube... Wessen Basis ist das? Irgendwann... Also, wenn das echt... Ob der alleine sowas Großes aufgebaut hat? Alter. Jetzt... Aber jetzt lass mich mal kurz... Sollen wir das Bett mit Lava überfluten? Ja, na klar. Also, kurz mal, um das zu erklären. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es gegen die Regeln ist, weil erlaubt es... Es ist kein Bug-Using. Es ist kein Bug-Using. Es ist definitiv kein Bug-Using. Bevor dann jetzt einer kommt. Mensch, ihr wart so gegen die beiden anderen. No-Hate, wirklich nicht No-Hate. Wir verstehen uns mittlerweile... Oder wir verstehen uns eigentlich die ganze Zeit super. Also, wirklich No-Hate. Aber es ist kein Bug-Using und... Nein, es ist kein Bug-Using, oder? Soll ich das mal mit Lava? Ich hab... Scheiße, ich hab keine Lava mehr bei mir. Ich auch nicht mehr. Das ist die Kacke. Ah, jägerlich. Aber wir müssen den Spinnenspawner abbauen. Warum abbauen? Hallo, ich bin dafür. Wir stellen uns da jetzt unten hin und uns erstmal schön XP. Aber hallo. So, was ich jetzt grad noch mache, ist... Ich grabe mich hier auch. Jetzt ist nochmal kurz beim Bett überall lang, weil hier könnte auch... Da ist auch noch eine Truhe. Da ist noch eine Truhe. Wie das? Alter. Ja, ernsthaft jetzt. Zwei Eisenschwerter, ja. Da ist aber nur Crab drin. Warte, sind da Eisenschwerter? Das heißt... Ja. Du hast eben zwei Eisenschwerter oder mehr? Zwei Eisenschwerter sind da. Zwei Eisenschwerter. Dann... Schmeiß ich mal das normale Diamond Swat einfach weg. Und hol mir mal so ein... Alter, wie viele Strings da drin sind. Der hat hier echt richtig lange gefarmt. Ja, der hat wahrscheinlich sehr viel XP. Krass, ey. Dann bin ich dafür, wir... Ja, wir holen uns auch mal ein bisschen XP, ne? Und danach bauen wir den ab. Danach bauen wir den ab. Weil ich muss, ähm... Auf jeden Fall meine ganze Rüstung reparieren. Weil die geht echt kaputt. Das ist richtig krank. Und dann machen wir Labe über das Bett hin. Ich hab einen Labe-Eimer jetzt mit. Einen Labe-Eimer, okay. Und wir spawnen da gerade nichts. Warum kommen hier keine Spinnen? Hast du irgendwo Fackeln hingemacht oder so? Weil da oben sind ja zwei Fackeln. Ah ja, ich deppert hab Fackeln platziert. Du bist ein Idiot. So, Fackeln sind weg. Okay. Ne, da ist noch Licht. Mach das mal irgendwie zu. Ah, okay, jetzt spawnen die wieder. Alter, und dann sind das auch noch Spinnen. Also ich mach mal sein Bett jetzt mit Labe-Schmutz. Das ist ja richtig OP. Alter, stell dir mal vor, wir hätten so einen Spawner. Wie geil wär das denn? Alter, das wär so awesome. Sag, dass wir den nicht mitnehmen können. Ja. So ein Scheiß. Alter, das wär so geil, wenn wir den mitnehmen könnten, echt. Aber gut, allein, dass wir den eben kaputt machen, ist natürlich. What the fuck, wie bist du... Achso, du bist ins Wasser geschoben. Alter. Ich mich jeden mal schocken. Boah, das wär so OP. Na komm, spinni, spawn. Alter, wie viele Level hast du? 14. Okay. Das ist aber so nicht effektiv. Aber weißt du, ich... Ja, das Problem ist halt, ich muss meine ganze... Ich brauch 23 Level, um meine Chestblade mit Thorn zu reparieren. Da muss ich demnächst auch wieder meine Schuhe und meinen Helm reparieren. Das wär ganz nett, wenn... Weil deine Rüstung ist jetzt ganz, oder? Nee. Also, ja, also... Weißt du, das geht nicht? Also halb kaputt teilweise. Also, mal meine... Da ist eine Spinne. Fuck! Was, fuck? Na toll. Oh Gott, dann... Dann geh ich schnell weg, bevor ich wieder einen spawnen und du stirbst oder so. Das wär scheiße. Ja, gut, ich hab von 14 noch gehabt. Das ist ein Skelett. Okay, das sei eben sehr... Nee, ich glaub, das ist nicht effektiv. Lass uns den einfach abbauen, oder? Fuck, Alter, was ist denn los? Alter, weiß. Nee, ich... Ich bin dafür, wir bauen den ab, oder? Weil das... Warte, ich... Bau du den ab und ich kille noch die restlichen Spinnen. Weil das dauert echt richtig lange und... Naja, wir wollen ja nicht nur in der Basis sein, oder so. Wie viele XP sind da noch rausgedroppt? Ein Level. Okay. Gut, dann... Ähm... Lava übers Bett? Ja, bin grad dabei. Was ist hier? Okay. Was ist denn... Da... Was ist denn da? So, sein Bett ist jetzt... Zu gelabert. Achso. Ja, was ist hier? Warte, fuck, hier sind Skelette. Sag jetzt bitte nicht, hier ist noch ein Skelett-Spawner, oder so. Nein, da kann man... Alter, hier ist noch so ein... Alter, komm mal her. Hier ist, hier ist, hier ist so eine fette Monster-Falle. Komm mal her, hier ist, hier ist so voll die fette Monster-Falle. Wie geil ist das denn? Gib dir mal. Hä? Das ist so eine Level-Farm, oder so was. Keine Ahnung, wie die funktioniert. Ich will jetzt heraus... Wie funktioniert die? Ist da oben eine Höhle, oder so? Hier ist so eine fette Monster-Falle. Wie geil. Wir ergründen das einfach mal. Das ist Spawn einfach... Oh Gott! Okay, jetzt ist die Falle kaputt. Da oben ist, glaube ich, einfach so ein... Das ist so eine richtig klassische Falle. Da oben ist so ein Raum, da spawnen die und werden dann hier runter. Das hätte man machen können, aber gut. Ja, was machst du jetzt? Ja, hochgehen. Warum? Wollen wir nicht noch das... Ja, die XB abschnappen. Na ja, dann... Warum benutzt du nicht die Falle, wenn der Basisbesitzer die schon so liebevoll gebaut hat? Weil das auch lange dauert. Okay. Und ich würde jetzt nicht so lange damit verbringen. Ja gut, das stimmt auch wieder. Ah. Yo, das hört sich wirklich gut an. Nicht? Warum benutze ich eigentlich nicht mal ein Eisenschwert? Ich fehl, Bob. Alter, das ist irgendwie einfach... Echt, das ist einfach krank. Also, das ist ein okay, Bates. Und schon wieder können wir sagen... Vor allem jetzt... Jetzt warte mal. Wie weit ist das hier von der Oberfläche? Das kann doch... Alter, da oben ist ein Hohlraum. Warum ist da oben ein Hohlraum? Was ist da oben? Jetzt will ich das... Ach, hier oben ist doch noch mal so eine zweite Ebene von der... Alter. Ich zerstöre dir mal ganz... Warte mal. Ich will jetzt einfach kurz gucken, wie weit das zur Oberfläche geht. Wir sollten hier mal Fackeln hinmachen oder so, sonst könnte das böse enden. So. Vor allem, wir sind auch wieder... Ich wette, wir sind gleich an der Oberfläche, oder? Ne, Y ist 40. Das ist gar nicht mal so hoch. Das kam mir gerade so richtig hoch voll, so als ob wir fast ganz oben sind. Ist da oben noch irgendwas? Ne, wahrscheinlich nicht mehr. Alter, was für eine Base. Alter. Hier hinten ist ein Höhensystem. Guck mal. Oder hier ist einfach so ein See. Alter, was für eine Base. So ein richtig fettes Base. Richtig krank. Das ist unnormal. Versieg dem auch mal ganz kurz. Ja gut, der hat mehrere. Und nicht viel bringen. Ne, das ist viel zu groß. Keine Ahnung, was es hier ist oder wo wir hier sind, aber keine Ahnung. Das ist einfach krank. Und vor allem, jetzt mal ernsthaft, wer versteckt eine versteckte Kiste unter Cobblestone. Ich muss jetzt irgendwie, muss ich jetzt den ganzen Cobblestone abbauen, weil ich denke, da ist noch irgendwo was. Richtig komisch. Ne, ich würde mal sagen, dass wir langsam mal den Weg zurückgeben. Okay, machen wir das dann. Machen wir noch das Bett mit Lava zu. Also, es ist zwar vielleicht ein bisschen blöd für denjenigen, dem die Base jetzt gehört, wahrscheinlich Gaming Bookie, nehme ich jetzt mal an. Weil eigentlich, ich denke es mal, ja, es wird wahrscheinlich der sein, weil letzte Folge war der. Weil das wäre der in der Lava. Und das Weizen war ja noch, die Wahrscheinlichkeit ist relativ gering, dass er dadurch sterben wird. Und sollte er dadurch sterben, Leute, es ist ein PvP-Projekt. Es verstößt, es ist kein Bug-Using, ja, und, ja, also es ist kein Bug-Using, das ist es eigentlich. Und damit verstößt es halt auch nicht gegen die Regeln, weil gemäß den Regeln ist eigentlich besser. Das war ja mega lang, das wird wahrscheinlich mittendrin auch ein Cut gewesen sein in der Folge. Tipp ich mal auf. Bei dir? Ja, ja, klar. Oder willst du das als eine Folge hochladen? Ich würde es als eine Folge hochladen. Das war viel zu lang. Warum? Wir sind hier, wir sind jetzt schon, äh, 40 Minuten. Schon bei 40 Minuten? Also zwei Folgen. Okay. Ja gut, dann, ähm, machen wir das. Wann ist dann zwei Folgen jetzt wahrscheinlich? Was ist mit dem Bett? Hast du da schon Lava hingemacht? Ja. Achso, hast du schon, okay. Ja, dann lass mal ganz kurz. Dann würde ich sagen, gehen wir ganz kurz noch die Diamanten eintauschen. Und dann in unser Versteck auch am besten, würde ich sagen. Aber das machen wir einfach nächste Folge, oder? Ja, genau. Weil, ähm, ja, das jetzt zu machen macht, glaube ich, auch keinen Sinn. Nee, lass, ja, nee, komm schon, wenn ich schon zwei Folgen spiele. Ja gut. Dann ist das ein weises Tag gerade. Alles klar, dann machen wir das schnell. Ein Ritter hat's für eine kranke Basis, ey. Richtig krank. Ja, es muss, es muss Gaming-Bookie sein. Ich, weil das Weizen war ja noch nicht ganz gewachsen, aber es war schon relativ weit gewachsen. Das heißt, es wurde abgefahren. Das passt eigentlich perfekt mit gestern, wo ich hier drauf war. Und der halt kurz da, da war. Das muss eigentlich die von ihm sein. Naja, wir werden es eh wissen. Wir müssen erst die Leute in den Kommentaren schreiben. Genau, also wenn in den Kommentaren schreiben, wie gesagt, das ist ja dann auch kein, weil, wir haben die ja eh schon gefunden. Richtig krank. Aber richtig auffällig. Ich dachte, der ist eigentlich, ich meine, der hat acht Leben und ist alleine. Ich dachte eigentlich, der ist richtig gut oder so, auch in PvP. Und dass er dann sowas macht mit den Fackeln, so richtig auffällig halt. Und eigentlich dumm. Ich will, ich will jetzt nicht beleidigen. Aber irgendwie ist das... Nee, das ist nicht, weil die Base ist geil. Ja, die Base ist echt geil. Warte, dann gebe ich dir mal die Dias. Alles klar. So, zack, 22 Gold hatte ich wieder. Warte mal, ich gebe mir mal dein überschüssiges Sweet. Warte, zack. So, dann werfe... Alter, ich habe gerade 27 Dias. Wir haben dann fast einen Stack Dias. 29, so, 29, Alter, 29. Das ist so... Also, das ist echt krank. Okay, dann lassen wir dann nach Hause gehen. Warte mal, ich nehme mir noch ein Boot mit. Das Einzige, was uns halt wirklich fehlt, sind Level. Level fehlt. Also gut, ich habe wieder 18 Level. Also ich kann mir gleich meine Rüstung schön mal wieder... Also mit besseren Ausrüstung. Ich hoffe, ich kann mir dann endlich mal... Also ich würde jetzt gerne noch... Ich bin jetzt kurz vor 23. Ich würde noch richtig gerne einfach... Einfach 23 haben, weil ich glaube, ich kann mir dann diese Thorns-Chestplate reparieren. Aber naja, gut. Dann haben wir jetzt auch nochmal einen Enchanter über. Das ist einfach so krank. Haben wir jetzt überhaupt alles von Sugarcane zerstört? Ja, da war die ganze... Ja, da war alles. Nicht, dass er sich wieder irgendwie einen Enchanter machen kann. Da war... Nee, da war noch ein Enchanter. Die hätte ich ja kaputt gemacht. Okay, gut. Alter, krass, ey. Echt, und irgendwie... Keine Ahnung, das ist mittlerweile so Standard. Ja. Wie viele Bases haben wir jetzt mittlerweile gelootet? Wenn ihr wollt, also irgendein Abonnent, da kann ich direkt mal sagen, wenn irgendjemand mal Lust hat auf ein Best of Bloody Beach oder sowas, da würde ich mich auf jeden Fall drüber freuen. Würde ich mich auch sehr drüber freuen. Ihr habt da auch... Ihr dürft die Videos dann von uns gerne verwenden. Schreibt halt einfach in die Beschreibung, von wem die Videos sind. Also... Tut nicht so, als ob... Das ist dann eine Idee von Bloody Beach. Genau. Dann dürft ihr das gerne machen. Falls es einer Lust hätte, wir würden uns, glaube ich, echt freuen. Natürlich erst dann, wenn das Projekt zu Ende ist. Ja, das heißt, wenn man hier soll... Nee, hier sogar so ein bisschen zurück. Hier würde ich sagen, ja. Das Blöde ist, man kann ja nicht durch das Boot nach unten schauen. Und da hinten sehe ich gerade... Da hinten habe ich leider gerade einen Chunkbug gehabt. Ich habe da irgendwas gesehen, aber ich schaue da jetzt auch nicht hin. Ich habe da eben so ein bisschen durchgesehen durch die Chunks. So, ähm... Aber ich habe nichts gesehen. So, das Boot schieße ich kaputt, weil das ist ein bisschen komisch, was hier ist. Warte, komm mal zu mir, ich habe es hier gefunden. Warte. Ist da gerade Licht? Ah ja, okay. Da unten. Okay. Sag mal, hast du Gravel im Moment? Ähm, ja. Habe ich extra drin gelassen. Ja, ich auch mal. Okay. So, dann, liebe Leute. Mir hat übrigens... Einer hat mir geschrieben, wir sollen hier oben einfach Kisten mit Sachen hinmachen. Mit Crap-Sachen, damit die Leute denken, das ist eine verlassene Base, falls es jemand findet. 17 Gold noch, mach 28. Aber das Ding ist, das wird, glaube ich, echt keiner finden. So, jetzt ist die Frage, soll ich die Diamanten in die versteckte Kiste geben? Hier sind nochmal sechs Diamanten. Ah, nee, die wollten wir lassen. Weiß. So, warte mal. Ähm... Tu's einfach da rein. Wenn jemand die Base findet, wird eh alles. Warte mal, ich geh mal in den Anvil. Wo ist unser Anvil? Unser Anvil ist im Inscham. Ja gut, dann geb ich die, ja, weißt du was, dann geb ich die Diamanten hier rein. Ich probier da mal meine Rüstung. Oder ich mach noch eine zweite versteckte Kiste. Dann verbessere ich, dann repariere ich mal wieder mal meine Sachen. Okay. Gerade mein Hose hat es ziemlich nötig. Ist zwar mein Level schon wieder komplett weg, aber... Weißt du was, ich repariere auch erst nochmal schnell so. Ähm, jetzt muss ich kurz gucken, wo ist meine Thorns... Hier, die ist meine Thorns-Chestplate. Weil die ist, glaub ich, echt... Ich glaub, das wird sich lohnen, die zu reparieren. Wenn es nicht zu viel kostet. Das ist krank. 27 jetzt, ernsthaft? Alter, das kostet 27, diese verkackte Chestplate. Oder 31 oder 39, um die ganze zu reparieren. Was ist denn das für eine Verarsche? Das heißt, ich brauch noch mehr Level, um meine Chestplate zu reparieren. Das ist doch Kacke. Alter, das... Also das Item... Ich lass die jetzt... Ich lass die jetzt bei mir einfach im Inventar, weil, solltest du im Kampf kommen, dann zieh ich trotzdem die an. Weil in der fühl ich mich halt sicherer. Ich hab noch 8 Gold beim Inventar. Dann gib mir mal dein Gold. Mhm. Ich guck mal, wie viele Goldblöcke wir da ausmachen können. Wenn nicht, normaler Gold-Apfel ist trotzdem besser, ne? Als nichts. Ja, gut, wir haben 5 Goldblöcke schon mal. 5, okay. 5 Goldblöcke, ja, das passt. Dann brauchen wir noch 3 Stück. Und haben nur wieder 1 OP-Gold. Gut, dann, ähm... Nicht mal grad nochmal einen Lava-Almer wieder aus unserer Kiste heraus. Ah, warte mal, genau, wo ist unser... Und? Wir haben da unser Lavasee, wo ist der? Äh, keine Ahnung, wo der ist. Da, ich nehm... Ich weiß es, ich versag nicht mehr. Der ist da oben direkt, ich deppert. Der ist direkt da oben? Ach, stimmt. Der ist da bei unserer Chest. Ja, natürlich. Klar. Ja, was ist los mit uns, ne? So, und dann würde ich sagen, mache ich einfach eine versteckte Kiste noch. Hm, könnte ich noch eine machen. Wo ist denn unsere versteckte Kiste nochmal? Ich vergesse das immer. Ähm, die ist hier, wenn du hier bist an der Stelle und dich ganz, 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 ganz lange nach hinten gräbst. So lange wird sich niemand einfach random hingraben, da lang. Okay. Dann hast du die. Also, du musst dich wirklich lange da lang graben. Und jetzt mache ich einfach eine andere hier unter dem Boden, okay? Mit Kabelstorm, bitte. Mit Kabelstorm. Nee, weißt du was? Ich mache die da oben drüber. Das ist viel intelligenter. 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 Das ist ein bisschen der Hersteller. So. Das können wir auch öffnen. Ich mache hier diese komischen Schabnissschwerte rein und die 29. Ja, Wahnsinn. Und den Enchanter und noch ein Steak Eisen. Und ja, wir haben ja eh so viel. Ja, mit unserer Versteck, wir haben bestimmt ein Steak Dias. Glaube ich auch, ja. Ah, echt mit Cobblestone. Mit Cobblestone. Machst du das extra, damit sich da einer vielleicht lang krägt? Ihr müsst ihr einfach so richtig viel überall so Cobblestone hinmachen, um die Leute zu erinnern. Ich habe das gemacht, weil der Eisen war. Ja, okay, dann beenden wir mal die Folge, wir haben jetzt ein bisschen gestreckt schon. Genau. Dann, ich hoffe, euch hat diese coole Folge wieder gefallen. Und dann würde ich mal sagen, lass doch gerne einen Kommentar. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.